Und damit willkommen zurück in der Gefahrenzone. Ich hatte eine kleine Pause vom Spiel. Und ein, zwei Patches sind mittlerweile rausgekommen. Und mal schauen, wie es jetzt so spielt. Rein von der Aufgabe her müssen wir jetzt noch zu diesem Technikgebäude und den Schlüssel für den Aufzug finden. Wenn im Hintergrund ein Lüfter oder Kinder hört, dann seist du entschuldigen, weil ich habe das Fenster offen und der Lüfter läuft. Es ist ein bisschen warm und ich bin ein bisschen am zerfließen. Okay. Technikgebäude. Was ist da hinten? So, da waren noch so Dudes, die da hier rumgelaufen sind. Hoffen wir mal, dass wir hier wieder nicht entdeckt werden. Ey, verrückt dich mal. Wieso gibt es Radiation Level? Die Strahlung geht nach oben. Ähm. Why? Koffein, Zigaretten, massengekühlter Wodka, Wasser. Ich habe nichts wegen... Radiation. Radiation. Oh, Spiel, bitte lasst mich da nicht wieder rauslaufen. Ist da jemand? Ja, da ist jemand. Shit. Okay, er ist hinter das Haus gelaufen. Okay. Okay, kannst du wieder zumachen hier? Okay, dann halt nicht. Irgendwo nach oben. Okay, das und hier nichts. Treppenhaus. Auch eine Sackgasse. Alter, was ist los? Warum geht die Gesundheit nach unten? Shit. Shit. Okay, Toilette. Hat sich vielleicht ein Erste-Hilfe-Set oder so? Nee, aber Zigaretten dafür. Ah, was ist das? Erste-Hilfe. Oh, scheiße. Ich habe ihn gehört. Ah, Treppenhaus. Moment, hat das die Erste-Hilfe... Hat auch die Strahlung reduziert. Okay. Good to know. Lassen wir das wieder und gehen noch zum Aufzug in der... Shit, irgendwo noch da hinten. Jetzt mal da rumsehen. Was mache ich eigentlich mit den ganzen zusätzlichen Sachen, die ich hier aufnehme? Ich habe bis jetzt noch überhaupt nichts gebracht. Ja, das... Okay, er ist da unten. Hallo? Wie komme ich jetzt? Kannst du wieder zugehen? Danke. Geh zu. Dankeschön. Nichts, Nick? Das bringt mir jetzt nichts. Da hinten ist er. Wir hätten auch von hinten reingehen können. Aber da... Das bringt mir doch nichts. Wir müssen den Vordereingang nutzen. Und abwarten, dass er wieder nach hinten geht. Okay. Ja, er läuft wieder nach hinten. Scheiße, das ist ein anderer. Ah, wisst ihr was? Ich glaube, speichern ist eine ganz gute Idee. Danke. Jetzt weiß ich auch, warum ich die Radiation gekriegt habe. Was da hinten als Zone gilt. Wo ist der Typ hin? Da hinten ist er. Ich riskier's. Ich geh da nochmal durch. Ja, nicht nach hinten schauen jetzt. Denkt ja nichts, dass die Tür offen ist und das Licht an ist. Das passiert anscheinend öfter hier in der Zone. Stimmt ja, da haben wir noch die Kollegen hier. Lift, 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 lift. Und jetzt? Okay. Das sieht sicher aus. Ähm. Was war der Stock? Ja, das wird schon so passen. Okay, keine Wolken. Erforsche die Ebene und... Naja. Was soll's. Wir gehen jetzt nochmal ganz hinten zur Marke. Garantiert brauchen wir wieder für irgendwas einen Schlüssel. Nee, warte mal. Nee, warte mal. Geht doch mal das Schrubbding. Es wäre eigentlich die perfekte Ausrede, ne? Wir müssen uns erwischen und sagen wir, ja, 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 wir haben da einfach nochmal ein bisschen sauber gemacht. Ja, richtig? Gut. Ähm. Also, was auf das Journal erforscht, jetzt auf der Ebene und finde heraus, wie du in die nächste Etage kommst. Hm. Das würde ich mir vermuten dadurch, weil da alles voll radioaktiv ist. Gut. Nee, falsch. Nein. Ah. Nee, da wollte ich. Oh, nee. Muss ich da jetzt wirklich durch? Gefühlt fünf Jahre, bis ich da durch bin. Natürlich. Aber der Marker ist halt immer noch hier drin. Ahnung des Ministers für nationale Verteidigung der UdSSR am 26. April 1986 befehle dem Personal, den strategischen Über-Über-Audizont-Radar-Anlage Duga, die Geräte sofort in den Stem-Weimutus zu schalten. Gleichzeitig wird das gesamte Personal abgefordert, das Gelände sofort zu evakuieren, bevor die Anlage verlässt. Musst du sie ordnungsgemäß und sorgfältig sichern. Und die anderen tritt in Kraft, sobald sie unterzeichnet ist. Nationaler Verteidigungsminister. In diesem Durcheinander konnte ich die Schlüssel für das Treppenhaus nicht finden. Ich habe die Griffe in allen Stockwerken herausgezogen. Also der reichen. Ich nehme einen mit. Den anderen lasse ich im Dienstzimmer und weiß nicht, was ich mit dem Dritten machen soll. Also lasse ich ihn hier. Ah. Okay. Wir sollen also Türgriffe finden, I guess. Also, haben wir hier irgendwo einen Türgriff. Komm, machen wir den hier sauber. Also ich sehe zumindest keinen Türgriff. Nee. Hm. Ach so. The door handle. It will come in handy. For doors lacking such a wonder. Muss ich jetzt wirklich... Oh, oh, oh. Ich werde fast reingelaufen. Also ich schaue mal, ob ich das Ganze da hinten entgegen kann. Sag mir bitte nicht, dass ich alle drei brauche. Stimmt ja. Kennen war eine Option. Okay. Nee. Ich brauche das Sprügel. So. Sollen wir es mal aufladen? Yeah. Wird alles voll. Okay. 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 Ja, besten Dank. Ich glaube, der da reicht. Okay, Riga 8, mein 1986, ich schreibe in deinen Speranat, also als ich den letzten Moment vor meinem Schreibtisch mitgenommen habe. Wir durften nicht einmal kurz nach Hause gehen. Gegen Mittag kam dieser Date und sagte mir, er sollte mich bereit machen, um Wehrersatzamt zu gehen. Kein Reden, keine Nachrichten für die Familie. Zwei weitere Jungs aus unserem Verlag gingen auch mit. Jetzt sitzen wir auf den Polizeirevieren, warten herum. Sie wollen uns nichts sagen. Alle Fenstertüren sind geschlossen, als hätten sie Angst, dass wir fliehen könnten. 9. Mai 86, in der Nacht. Wir bekamen unsere Uniformen und Grundausrüstung. Sie luden uns auf Lastwagen und sagten, dass wir zu den Übungen gehen sollten. Anmerkung, wir werden in Viehwaggons verfrachtet. Alle sind verwirrt. Als ich zur Reserve hergezogen wurde, hatte ich das Ressertionstreifen auf den Schultern. Also fragen mich jetzt alle, was passieren wird. Dabei habe ich einfach keine Ahnung. Wird sich mal alle von der Angst überwältigt, dass die Russen versuchen, alle baltischen Völker loszuwerden. Dass sie uns irgendwo jenseits der Suche also fragten werden. 9. Mai 86 morgens. Wir hielten mitnehmen nirgendwo an. Wir durften uns die Beine vertreten und bekamen Essen und Wasser in Dosen. Es stellt sich heraus, dass Guna Vitalis auch in diesem Zug ist. Was für eine kleine Welt. Sie haben ihn auch direkt von der Arbeit geholt. Jetzt sind wir hier zusammen und reden viel. Es sieht so aus, als wollten sie uns unsere Einheit neu gründen. Aber warum zum Teufel? Tja. Zum Sauermachen. Oh, okay. Hätten wir mal geschafft. Sollen wir jetzt schon wieder was finden. Also die Stockwerke sind irgendwie gar nicht Copy and Paste, ne? Ja, ich geh erstmal hier rein. Okay. Erste Hilfe. Mit nichts drin. Geil. Schau mal hier. Ah, Ausdruck aus den Bestimmungen für den Arbeitsalltag. Zur Händendienst haben wir eine Wärmte. Gemäß Befehl B357 vom 25. April 1936 wird die Dienstvorschrift wegen der Ausbildung vom Pioniersoffizieren der Pidioni Militärakademie des Signalcops an die Ausbildungseinrichtung übergeben. Das Hamburg wird sicher in der Bibliothek der Ausbildungseinrichtung aufgebaut. Der Bibliotheksschlüssel wurde dem Ausbildungsoffizier ausgehändigt. Der Bedienungsanleitung ist ein Platz der Bibliothek zugewiesen, der in das Computerregister der Ausbildungseinrichtung eingetragen werden soll. Es couldn't have been that easy. Now I need to dash to the training building. Ja, warum kann ich das nicht nehmen? Ja, dann nicht. Muss ich jetzt wieder komplett rauslaufen? 200 Meter. Äh, ja. Das hat sich gelohnt. Aufzug. Ja, gut, dann... Gehen wir halt wieder runter. Halt. Ne. So, Aufzug. Aufzug, 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 Aufzug. Hä, wo ist der Aufzug? Ach da. So. Ähm. Erster Stock, ich weiß. Ich glaube, einen anständigen Hinterausgang gab es hier ja nicht, oder? Oh, doch. Ja, natürlich. Tür ist zu. Okay. Äh, nochmal speichern. So, da war ja der Dude, der hier rumgelaufen ist. Ach, da hinten ist er. Und dann würde ich einfach warten, bis er wieder zurücklauft. Oh, scheiße. Okay, wir warten. Hm. Okay. und da unten ist ja noch einer der hat mich hier bei der letzten episode erwischt gehabt wo bist du? oh da ist er komm lauf vorbei okay easy 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 oh fuck noch einer das hat er nicht gesehen naja macht euch nix bleib mal kurz hier unten okay hier speichere ich nochmal sind da zwei okay er ist wieder zurück goooood holy shit das hat er auch nicht gesehen okay für den Schlüssel zum dezenten Raum alter ja ich bin gerade ein bisschen froh dass die KI nicht die herrste ist aber ich will es auch nicht verschreien kommt jetzt einer rein okay wir gehen rauf gut dozenten Raum computer und gut sie benutzen den Start in der Aktion ja das hat man ja schon da sind wir mal alles mit hier okay das spielen wir mal Tütescheiben C äh Enter zum Start aber da haben wir jetzt C Doppelpunkt haben wir aber auch einen C Doppelpunkt Strip Poker das würde mich eigentlich auch interessieren ähm oder IP ja mal schauen haben wir das irgendwo hier hier denn sie vermissen ne es ist nicht find sensation nature able ne ja ich weiss ja Befehlsteile aber ich komme nicht auf C ah doch da so C Data so Data und wo haben wir direkt ach da zu Heldende Führerschaft aus Geheimdienstdaten die Anlage mit dem Coden in Duga ist von ausländischen Diensten überprüft worden sind dabei Informationsversuche abzuwehren aber der Gegner erwacht sie weiterhin die Anlage hat die NATO-Code um Steelwork und Steel Yard erhalten außerdem haben zivile Amateurs in die Frequenzen unserer Dase diffiziert und ihm ihren eigenen Groten angegeben russisches Specht hehehe in Umgangssprache wird auch der Name Auge von Moskau verbindet Offizier vom Dienst aha war's das? was soll man jetzt machen? nehm die Schlüssel für die Bibliothek ja so wahnsinnig da ist der Schlüssel so was soll denn das die ganze Zeit dass hier was kaputt geht gut irgendwo dahinten ich mach mal die Taschenlampe aus nur für den Fall erfälle dass er doch ein bisschen heller ist ah ich wollte doch nur in die Bibliothek gehen also muss ich da rein? oh was zum hä? hä? ich geh draußen hä? das macht doch gar keinen Sinn what the okay äh hä? hä? I need to get this manual before everything goes up in flames Der Zug ist kurz im Raum, wie es ist, 3-3, wow. Ja, toll, ich hab's. Ja, das... Okay, dann gehen wir nochmal in die Kommandozentrale. Okay, in die oberste Etage. Okay, das ist ziemlich, ziemlich weird. Ja. Warum hast du mir den Magen nicht gegeben? Ah, nift. Kann ich sagen, 3. Aber es geht hier bis 10. Oder jetzt ist ein Universal-Pedal. Oh, come on! Serious, na? Okay, dann mal den zweiten Stück. No. Ja, und jetzt? Ach so. Fuck. The same thing again. Ja, schaut wirklich wieder eins zu eins genau gleich aus. Aber das ist oben. Das heißt, wir müssen da hinten ins Treppenhaus reingehen. I guess. Gesundheit. Nicht so gut. So. So. Wunder, Spätze. Okay. Code eingeben. Wird es eingeben? Ja, natürlich wird es nicht eingeblendet. Ah, Mann. Geh mal wieder raus hier. Ah, das Geheimnis. Geht nur was, blablabla. Dokumente. Dateien. Ah. Code. Nicht jetzt. Was ist denn jetzt der Code? Ich will jetzt nicht wieder zurücklaufen und auf das Papier darauf gucken. Ah, Spiel. Andererseits, ich könnte mir schnell die Aufnahme beenden und mir nochmal die Stelle in der Aufnahme angucken, wo man den Code sieht. Ich glaube, das mache ich mal schnell. Liebe Leute, bis gleich. So, da leh. Ich habe mal in die Aufnahme reingeschaut und der Code lautet 3381. Hä? Geht doch. Na klar. Oh, shit. Ja, darf ich mir auch warten. Acht, du Heilige. Okay. Das lese ich jetzt nicht alles vor. Wenn ihr euch das durchlesen wollt, dann kurz Video anhalten. Äh, das war gerade ein bisschen zu viel Text. Okay. Äh, wir brauchen mal wieder die Spülkanone. Okay. Äh, wir müssen wieder pumpen. So, weg damit. Sehr gut. Äh, wo müssen wir hin? Ah, ich glaube, wir müssen vorlangen. Okay. Ich glaube, es ist weg. Machen wir den Kollegen hier noch. C. Radar. Directory. Okay. Na, dann probieren wir es mal raus. Halt. Ne, ich hol da nicht raus. Also. Let's see. Radar. Radar, Radar, Radar. Wo haben wir es? Na, komm, spring ins Auge. Radar, Radar, Radar. Bin ich jetzt doof? Also, ja, bin ich. Das ist nur die Frage, wie doof? Äh, Achtung. Äh, ich würde sagen, wir machen mal T-Deads. Ähm, Directory. Wo ist die Directory? Directory, Directory. Achtung. It seems the radio will be the key. Wir geben code in das Schloss, nehmen wir den Computer ein, um das Radar zu deaktivieren. A, A, A. Ah, hinten. Oh, die ist nochmal auch weg. So, alle Fälle. Okay. Ja, wir geben uns weg. Ja, es ist schon wieder fast alle. Komm, 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 komm. Yes. 140 Meter. Also, was genau haben wir denn jetzt gemacht? Journal? Wenn ich die Funktion habe, um den Artisierungscode zu überprüfen. Ach, da haben wir jetzt einen Code gekriegt. Kann ich die Abkürzung machen über die, meine Trainingsstation? Das ist dann weiter weg. Ähm. Wie viel müsste ich da wegmachen? Ach, komm, wir laufen schon durch. Echt? Oh, dankeschön. Oh, es ist ganz in der Nähe. Komm, sag mal, dass ich vielleicht da mal durchgehen kann. Nein, natürlich nicht. So, wo ist der Kollege? Er ist gerade noch da hinten gelaufen. Sehr gut. Und er ist gerade da vorne. So, wir warten, bis er sich wieder umdreht. Ich glaube ja. Scheiße, ich gehe runter. Ja, sie ist da, wenn er vorbeilauft. Willkommen. Ja, da ist er. Du hast nichts gesehen. Und bei den Gebäuden ist ja auch wieder einer. Ich glaube, ich sehe ihn auch gerade. Sehr gut. Sehr gut. Wo ist der? Wo ist der? Okay. Wisst ihr was? Einmal nochmal ganz kurz speichern. Wo ist der hier drin? Okay. 2, 2, 2, 4, 5, 8. Ja. Das war's jetzt, oder wie? Stopp. Wer ist der hier? Scheiße. Wenn sie sich gemäß Fortschriften, äh... Was machst du hier? Es ist nichts von deinem Geschäft. Was hast du gesagt? Du hörst, was ich gesagt habe. Geh aus meinem Weg. Ich habe nicht Zeit. Ich zeige dir, wie ich aus deinem Weg kann, du motherfucker. Papers, Scheithead. Geh' deinen Worten, oder du bist mit Major Tupin aus dem KGB. Papers. Ich will nicht wiederholen. He's reaching for the weapon. Okay. Das, äh... War jetzt irgendwie nicht so geil. Dann laden wir halt nochmal. Der Marker, da müssen wir 2, 2, 4, 5, 3 beim Radio irgendwie reintun. Dann können wir natürlich auch noch beobachten. Und wieder eine tut. Oh, oh. Oh. Wow. Du bist sehr sicher. Das sind zwei Dudes. Alle zwei laufen da rein. Was machst du hier? Ich kann nicht die Mission-Objektive entfernen. Ich verstehe. Hast du einen Pass? Ja, sicher. Ja. Alles ist korrekt. Also haben sie dich zu servieren? Woher kommt diese Idee? Geh es schnell, Sgt. Es wurde lange gesagt, dass jemand sein wird. Es ist kein Geheimnis da. Wie normalerweise, diese ganze Konzepte ist nur auf dem Papier. In der Kamp-Kantein, Leute mögen darüber reden. Ja. Wie geht es? Es gibt Dinge zuvor. Wahrscheinlich, die Latviener, die hier hier wurden, verabschieden. Sie wissen noch etwas anderes? Erstens, der wird stoppen. Wer ist da? Was machst du hier? Ich kann nicht die Mission-Objektive entfernen. Ich verstehe. Ja. Ja. Gehen wir da mal weiter. Und was? Ich verstehe. Nein. Oh. Und warte dir. Es gibt einige... Danke. Also können wir jetzt einfach frei hier rumlaufen? Okay. Ja. 22458. Hm. Was willst du, dass ich hier tue? Hä? Ich kann nichts machen. Ja, hallo? Äh. Okay. Ja. Ähm. Ja. Ich finde die Funkstation, um den, also den Siegenscode zu überprüfen. Ja, aber das ist nicht die Funkstation. Oh. Immerhin. Gutes. Was? Willst du, dass ich hier bei diesem Radium mache? Oder... Hm. Ich meine... Was? Ich kann von LeadReader nichts machen. Äh. Okay. Okay. 157 Meter. Das wissen wir jetzt, wenn wir hier das Radio eingeschalten haben. Aha. Okay. Ich speichere jetzt hier nochmal. Das ist alles ein bisschen strange. Meine Kollegen. Also vor allem dieses Vor- und Zurücklaufen ist einfach ein bisschen meh. Ne. Muss ich jetzt wieder in das Hauptgebäude hier rein? Im Ernst? Ah. Ja, ne. Also... Tolles Missionsdesign ist was anderes. Muss ich sagen. Macht jetzt so... Neh. Spaß. Ich hätte wirklich ein bisschen Hoffnung in das Spiel. Dass es ein bisschen mehr Deep Dive hat. Oh oh. 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 Kollege. Dass ich es riskieren kann. Dass ich einfach hinter ihm laufe. Jo. Das geht. Lass mich raten. Wir müssen hier wieder einmal ganz nach oben. Und dann laufen wir jetzt einfach durch. Was solls? Ja. Ja. Das ist ne... Ja. Hat vermutlich irgendwie ein Student oder so zusammen gebastelt da. Und dann gehen wir wieder beim Rechner. Boah. Shit. Did something die hier? Gut. Wirds Match wieder nicht angezeigt. 2, 2, 4, 5, 8, doch jetzt. Äh. Aus. Hallo. Was? Was machst du? 2, 2, 4, 5, 8. Guten Tag. Geh zurück zu meiner Terp-Postlinie. Äh. 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 Ich muss wieder komplett zurückgehen. Äh. 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 Grüß Sie Wassl. Ich werde das mal für euch cutten. Wir sehen uns dann kurz vor dem Posten. Und sollte dann doch irgendwie was Spannendes passieren. Dann zeig ich es euch. Also. Bis gleich. So. Wir sind wieder am Startpunkt. Ich bin da wieder relativ durchgerannt. Nichts Spannendes passiert. Oder ich guess es geht dann jetzt einfach nach draußen. Moin Jungs. Ja. Und vermutlich sind wir jetzt wieder in dieser einen Holzhütte drin. Oder? Ja genau. Mit ihm. Äh. Okay. Ja. Ich mein's. Aber. Ich hab dich so lange nicht gesehen, dass ich dich langsam sehr vermisse. Ich möchte so gerne, dass wir zusammen Fahrrad fahren oder Eis essen gehen. Opa ist ja lustiger und wir machen viele coole Sachen zusammen. Aber ich vermisse dich. Ich war in letzter Zeit so traurig, dass Oma mir Beißer gemacht hat. Einfach so ohne Grund. Wir haben uns voll gestopft und einen amerikanischen Film im Fernsehen angeschaut. Jetzt hat sich meine Stimmung etwas gebessert, weil ich erfahren habe, dass ich ins Pionierlager fahre. Andere Kinder aus Pribia werden auch dort sein. Es wird so cool sein, mit meinem Schulkammerladen abzuhängen. Ich hoffe, wenn du zurückkommst, gehen wir aufzelten. So wie früher, als Mama noch bei uns war. Komm so schnell wie möglich zurück. Sogar Opa macht sich Sorgen um dich. Äh, Antwort schreiben. Mein geliebter Fjetka. Ich habe dich auch sehr vermisst. Ich hoffe, ich kann bald zu dir zurückkommen. Ich habe nur noch eine letzte Aufgabe zu erledigen. Was? Echt? Wirklich? Danach werde ich aus dem Dienst entlassen und muss nicht mehr fortgehen. Nur noch eine letzte Aufgabe. Eine schwierige Aufgabe. Was auch immer passiert. Denk daran, wie sehr ich dich liebe. Und dass ich immer bei dir sein werde. Sei ein guter Junge. Und höre auf deine Großeltern. Ich liebe dich. Mehr als das Leben selbst. Und ich. Ich glaube vor allem, dass wir uns bald wieder sehen werden. Dein dich liebender Papa. Okay. Eine letzte Aufgabe. Woher weißt du das jetzt? Wir haben noch gar kein Briefing gehabt und so. Aber okay. Schauen wir mal in der nächsten Episode. Ob das dann auch wirklich die letzte Episode sein wird. Und wenn es das tatsächlich die letzte dann ist. War es ein bisschen kurz. Und äh. Ja. Da hat man nicht so viel Tiefgang gehabt. Muss ich ganz ehrlich sein. Aber lasst uns mal überraschen. Wenn es euch gefallen hat. Lasst doch einen Daumen nach oben da. Und dann. Bis bald. Ciao. Ja liebe Leute. Das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen. Wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt. Wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte. Kommt auch auf unseren Discord Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da. Und äh. Dann verpasst ihr kein Upload mehr. Bis denn dann. Euer Brabucher. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.